Ah, Waffen sind vollkommen wieder aufgeladen, dann laden wir die Waffen nochmal ganz kurz durch, laden uns dann Munition auf, dann müssen wir auch wirklich alles daraus holen. Ah, hier ist die Munition. Jetzt haben wir vollständige Munition. Sprengstoff, platzieren! Zur nächsten Säule. Na wunderbar. Bratatat! Und! Auf geht's! Was macht Max da? Hast du heute die Scheiße jetzt wieder Max? So einfach ist das, wenn man eine Bratatat hat. Zumindest meine Besucher sind so nett genug, um die Garten zu öffnen. Wie zuvorkommt. Merkt mal, die Waffe hier legen wir dann zurück für den Revolver. Oder wir gehen nochmal ganz schnell zu unserem Waffenlager und rüsten uns wieder mit vollständiger Munition aus. Gibt's hier vielleicht noch eine Säule, die wir betätigen müssen? Die wir zünden müssen? Ja, hier zum Beispiel. Es war Zeit, zu sehen, was VIP-Treatment hat mich auf dem Penthouse-Floor gelegt. Okay, auf zum nächsten. Erstmal die Schmerzmittel nehmen, dann müssen wir nicht direkt zum Latschen kippen. Schmerzmittel und Schusswunden halt, kennt man ja. Das ist eine komische Schalldämpferwaffe da. Die eh nicht funktioniert. Wenn wir noch so was von gegenüber die Gebäude beschossen werden. Ich sehe es doch. Da hinten sind irgendwo Scharfschützen, die wir von hier aus nicht treffen können. Wunderbar. Oh! Jetzt dürfen wir... Werdest du wohl aufhören, uns zu beschießen? So, ähm... Hi! Nehmen wir die Waffe jetzt mit oder nehmen wir die anderen mit? Verdammt! Wir behalten die erstmal noch und schießen die leer. Ich mag die Waffe. Kommen wir jetzt hier weg? Ja, kommen wir. Ja, kommen wir. Okay, das waren unsere Schmerzmittel. Ah ne, wir haben ja noch eins. Nett! Was? Was ist das? Ruckla... Oh, Nase juckt. Scheiße. Rucklaut, Nase juckt. Die Welt geht unter. Alter, Kamera! Die Kamera! Alter, die Kamera! Was macht die Framework grad bei mir? Wow, 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 wow. Spiel! Das fand ich jetzt nicht sehr belustigend. Auf einen Schlag. Ruckla, überall die Welt geht unter. Verdammt! Gerade 120 FPS. In Ordnung. So. Unsere Waffe liegt da noch. Wunderbar. Nein. Ausgeschaltet. Jetzt Position wechseln. Bullet Time. Typen hier oben ausschalten. Positionswechsel. Bullet Time. Typen da oben ausschalten. Bullet Time haben wir grad nicht mehr, also müssen den Typen so ausschalten. Bullet Time Typen da hinten ausschalten. Scheiß. Ruckla. Die Welt ruckelt durch die Gegend. Wir nehmen wieder unsere... Waffe, die keine Bonus-Modulation mehr hat. Da hinten ist ein goldes Waffenschluck. Ich sehe es. Da ist der golde Raketenwerfer zum... ...fürs Ende. Aber erstmal... ...gehen wir unsere Waffe nachladen. Oh! Schmerzen mitnehmen. Wie nett. Wie nett. Wie nett, dass die Tür übrigens so offen steht. So. Wehe, das ruckelt euch wieder so stark. Das war unfair. Das war Mobbing. Okay. Wo gehen wir zur ersten Deckung? Ich würde sagen, da ist eine Deckung. Das war eine Fehleranschätzung. Alter, ich... Es sind so viele Leute, ich kann nicht entscheiden, auf wen ich schießen soll. Max schießt einfach nach oben. Genau. Was? Was... Alter Max! Du bist so Scheiße Max! Du ins Gesicht. So. So. So, einfach mal kurz einen auf den wilden Berserker machen. Ich hoffe, das ist nur einer, den jetzt platziert und nicht direkt alles. Ah, jetzt fangen die schon wieder an hier. Wir wollen unser goldes Waffe-Talier erstmal haben. Hallo, goldene Raketenwerfer. Wir haben jetzt alles. Schmerzmittel nehmen, wir sind schon wieder voll im Arsch. So, wieder erstmal die nächste Welle besiegt. Waffe durchladen. Können wir mal umschauen, ob hier irgendwo was rumliegt, was wir gebrauchen können. Beweise, Schmerzmittel, sonstiger Scheiß. Ja, ich weiß, da müssen wir platzieren, aber es interessiert mich gerade nicht. Ich will Kopfschmerztabletten haben. Nix da, nix hier. Ich hatte eine Chance, das zu richtig machen. Ich musste fokussieren. Alles klar. Vermutlich explizitiert sich das mal früh und wir müssen wieder durch ein brennendes Haus rennen lassen. Scheiße. So, letzten Sprengstoff, hoffe ich mal. Boah, Mack sieht echt schon mitgenommen aus mit den Schiffrunden und so. Das war das letzte von den Schiffrunden. Ich habe nur gedacht, es war genug, um den Schiffrunden zu bringen. Und all die Schiffrunden zu Ende. Das war das Schiffrunden zu bringen. Das war das Schiffrunden zu bringen. Das war mein Problem. Ich weiß nicht, was du bist, Amerikaner. Alles, was ich weiß, ist, was ich über dich. Du, die Böden für die Brankos, sie sind alle sterben. Du, die poor sind. Heute, viele von ihnen sterben. Du bist ein hüroer Amerikaner. Du bist ein hüroer. Zumindest habe ich versucht. Gut gemacht mit deinen Erfurt. Die ganze Stadt ist großartig. Der großartige Schiffrunden der Welt. Das ist richtig. You think you made any difference you think stopping this legit to make business venture is helping anyone legitimate You're stealing people's organs. We pay for everything We have the record. Oh, so people can sell their livers their hearts their eyeballs You're insane you sick fuck we kept people safe in the city decent people I know a lot of powerful people. Well your powerful people are going to help you out of this one, buddy Das zahlt die Versicherung! Okay, den Typen darfst du erst ausschalten Deckung, Waffe Okay, wir müssen hier raus Alter, wir wurden hier getroffen Da hinten, da hinten, da hinten. Komm, Max, dreh dich schneller Danke Oh shit, weg hier, weg hier Wiederholen bitte Bitte, bitte nicht die ganze Sequenz nochmal, oder? Nein, danke Okay, wir müssen hier raus Und zwar nicht, und zwar nicht allzu langsam Ja, Kamera, was machst du denn? Max, da Da hinten, Max, nein, Kamera Max, Kamera Nein Wie mies Die Kamera ist einfach in alle Richtungen gegangen, nur nicht auf den Gegner Ich hasse diese Stelle Aber das zahlt alles die Versicherung Schmerzmittel nehmen Und jetzt Bratatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat Nein, ich war am Sprinten. Ich habe den nicht gesehen. Okay, noch mal. Weil es so schön war. Das ist halt alles die Versicherung. Wuhu. Oh, sie hat irgendwie gebrannt. Alter. Alter, Kamera. Okay, es liegt irgendwie am RfD. An dem Beben der Explosion, das wir hier gerade nicht zielen können. Wir müssen hier definitiv weg. Wir werden hier auseinandergenommen. So. Jetzt nicht sprinten. Danke. Nachladen. Das läuft ja schon viel besser als vorher. Wie sieht es aus? Ja, Goldwaffen haben wir ja alle. Wir müssen hier raus. Alter. So, den erledigen. Und den müssen wir auch gleich schön erledigt haben. Wie kannst du noch leben? Wo haben wir noch? Was ist das denn hier? Ah, das haben wir in Gold. Wie nett. Alter. So viel, dass es jetzt besser läuft, dass das Schmerzmittel nicht ausgeht. Ich hab dich gesehen. Und dich auch. Und den da oben auch, aber das war zu langsam. Verdammt. Wo sind wir jetzt? Bitte nicht nur ganz da hinten. Nein. Nein. Explosions. Ich glaube, das ist sogar ziemlich präzise eigentlich. Präziser, als man von so einer Waffe erwarten könnte. So, das sieht sich aus, das ist gerade nicht ganz gut gerade eben. Aber gerade eben hatten wir... Alter, hier bricht alles zusammen. Vor allem hatten wir eine relativ gute Durchschlagskraft für eine Waffe mit so einem großen Magazin. Das finde ich angenehm. Okay, der Boden. Jetzt kommt der da oben. Okay, wir müssen hier dringend weg. Schmerzmittel. Ja. Wir haben es vielleicht sogar schon da zu lang gebraucht. Wir wechseln diesmal nicht die Waffe. Die hier ist wirklich ganz gut. Du bist tot. Schieß nicht mehr. So, und jetzt schnell in Deckung rollen. Schmerzmittel nehmen. Der lebt ja noch. Was ist das denn? 99999999999999999 Oh, shit. Puzzles! Rodrigo Alessand, get into it. Losing the purse strings and the family money. They pressured me to do it. Do you want to die? I came back for you. I did my best. I'm having a kid, Max. I gotta go. Fuck you. Sure. Later. Now, let's go. This thing works. Naja, zumindest hilft er uns raus, dieser Scheiße. Macht er ihm bis was gut von der Sache, die er durchgezogen hat. Das zahlt alles, die Versicherung. Ich liebe Versicherungsbetrug. Kapitel 13. Ein fetter, schlecht gelaunter Glatzkopf. Bataillon der städtischen Polizeieinheit. I owe... I owe... I owe you everything. No, you don't. I'm sorry, I couldn't save your sister. I was there, it wasn't your fault. I was paid to protect her and I didn't. She married into a sick family. Maybe. I... I just wanted to say thank you. For giving us a chance to live. I mean, as a family. I hope it all works out for you. For all of you. Thank you. Don't be too long. Well, at least they're not. Well, at least they're not. They're not. They're not. They're not. That's it. Where are you guys going to go? I don't know. Maybe back to New York. Maybe back to Argentina. Giovanna has family in Salvador. Maybe we'll just stay there. Yeah, I got business to take care of. I'm sorry. I dragged you into this. I know... I know it was very wrong. It's alright. It's done. And hey, I'm having myself a fun all the time. Maybe this is how things had to be. Figure I might as well die in the sunshine and die in the snow. Look, I'm sorry I'm leaving. I got a kid coming. You know how it is. I know how that is. You know, I... I almost didn't say goodbye to you. I said to myself, maybe this guy will put a bullet in me. Maybe I will. But not right now. Thank you. Try to look after yourself, Max, huh? I thought I was going to have to witness another murder. Nah. Not him. You ready? I guess. Okay. I've looked through this information you gathered. It's not very nice. What? What is it? It's the Ufe. The famous Mr. Becker. Friend of Victor Bronco. Yes. And a contributor to his campaigns. A government employee, of course. And? A weapons dealer. A murderer. This was known. A dealer in human organs. This wasn't known. A proper gentleman. Sure. So you're going to bring him down? Yes. Because I want to lose my wife and my children and then get killed myself. All that after watching him walk free. Tell me what has to be done. Well officially there's nothing I can do. And unofficially? Well, we can always try something a little more creative. All right. Max is a killer-kommando for the police, who has no legal way. He's not real. I'm not sure. He's not real. He's not real. He's not real.